hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu 7 days to die in der staffel 8 folge weiß ich nicht irgendwas über 30 draußen in der ferne fern von der heimat der jack fleischhammer und der minjas hallo ich bin poppy warum sagt minjas nichts also da hat schon draußen in der heimat in der wohnung um so genau zu sein oder in der nähe der bodan und last but und liest mir eine besondere freude sehr individuell guten tag man hört ja so untertonen raus wenn du das hast nee das ich habe das jetzt ein bisschen geschwollen gesagt das ist man von mir halt nicht gewonnen sonst rede ich ja mehr vornehmer sonst redet ja mehr vornehmer ja genau genau immer zustimmen dem patient definitiv ja ich brauche euch da hat holz ich 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 sammeln wir noch hier aloe aloe plants hier oder wie die heißen wo bist du oben ich komme runter meinst wegen heilbandagen ja genau dann haben wir ein bisschen was müsste erst mal reichen jeweils ein stack voll machen egal wie ging jetzt noch mal der straße auch hier ist eine stadt die sucht sieht jetzt nicht so clean aus das sieht gut aus weil ich ganz gern das heißt wir müssen mal steine sammeln haben wir irgendwo ein ressourcenstein nehmen wir mal viel schneller hinter diesen ressourcensteinen ja hier ist er ja ich werde den mal ganz kurz klein schlagen achtet mal um kleine steine zu bekommen sind wir auch fünf millionen zombies sind wir noch eine stadt zum allen unserem schreck so habe sie getroffen aber ich müsste ja eigentlich mal in die stadt laufen meinen rucksack holen weil da ist meine hast du nicht ne ne was ist denn drin mein meine wichtige unterlagen geschäftliche unterlagen da ist mein planer drin den brauche ich ganz dringend die skizze unter anderem für die treppe für die atombomber wir haben nicht überraschung für euch wir werden die staffel abschließen mit einer atombombe genau importiert aus minecraft leckt mich doch diese dreckigen bomben jetzt mal wieder alles jetzt mit wir gehen meinen rucksack holen okay ein hase okay wohin gehst du raus ich gehe noch gar nicht raus weil ich brauche jetzt erstmal freien taschenplatz das heißt ich will mich jetzt in unsere müllkisten hier schon bewusst wir haben keine munition mehr hast du feile normale was los jack also ich hätte normalen ich hab mir ein bisschen viel zeit gelassen ich müsste was einschmelzen hier so ich komme jetzt endlich an den stein nachdem ich hier fünf milliarden zombies weg gehackt habe ich glaube jack findet ihr wieder was finde ich denn du findest schon wieder sachen ich vertraue dir deswegen lasse ich ihnen auch losen das ist die chance größer das ist ein level 30 dafür dass sachen kann kann können wir doch wegschmeißen brauchen wir doch nicht oder auto ist gleich kaputt da wo schmelzen wir denn die steine ein die letzten zwei glaube ich das feuer darf nie ausgehen was 1957 das habt ihr ins feuer geworfen das stimmt nicht da steht doch 488 ich glaube durch den treppenbau ist der total durcheinander jetzt der ofen haben wir schon wieder verpackten ofen wir haben letztes mal haben wir ja lokal aufgenommen also wir haben jetzt sogar zwei ja ich habe die ganzen ich nehme den zement da mal was ich hab so eben leer gemacht ja ich nehme den zement mal raus und die mold auch da müssen wir zwei neue öfen hinstellen ich mache gerade feine da muss ich mir jetzt auch gleich machen was machst du stahlfeilen den kannst du nicht mehr iron iron geht nicht der stahlfeile wäre jetzt da habe ich ja jetzt gerade das rezept jack also die letzten beiden sind kaputt ich nehme mal die spitze raus hier also jack ich lasse dich gut ich wohl noch ein bisschen hallo aber ja das war ein bisschen muss erst mal die stadt von zombies befreien ich unterstütze in der stadt also ja also wie du willst ja also haben wir ein headline wir haben jetzt ich habe nichts zum anfeuern was ein headlight ach du meinst und vom moped jetzt in den kanal rein auf das video von 7 days to die aktuelle ausgabe die grad läuft schaltet jetzt beim fleischhammer ein jetzt nur für zwei wenn sie jetzt einschalten kriegen sie noch was gratis dazu kriegen sie noch ein crossbow bolt gebraucht von jack fleischhammer ist das nicht was mit autogramm und blut und diesen halb leeren eimer level 20 hast du 30 hast du 31 wieso hast du das level du meinst du hast 836 zombies getötet hausen voll mal ne weißt du weil du immer den waffen du bist immer gleich mit waffen dabei ist auch irgendwie unentspannt wasser die zombies wichtig ja wichtig kann ich gar nicht hier kommen jetzt mal zu dir mich ja ja was du da siehst mal rein komm mal track mich mal komm mal hin ja ja komm mal komm mal komm mal komm mal hierher hast du da wasser ins feuer gepackt äh ja geh da mal raus bitte los raus es geht nicht warum nicht jetzt auf rein zu gehen bleibt immer stehen wenn du versuchst rein zu gehen wo stehst du in der mitte der stadt hier ist ein westernhaus ja komm mal was ist das hier siehst du die beiden häuser wird jetzt hier in der mitte stehen das sind sie gehört zu einer westernstadt meine ich ich habe jetzt nichts zu prügeln ich nehme einfach die achse prügeln ich kann dir die geben kann aber das was zum prügeln meine fresse ist gut knüppel ist gut die will ist immer gut wenn wir den schwierigen dann wieder aber die die diese häuser kenne ich nicht wenn die mal von vorne an guckst ja eben die kenne geben eben auch nicht willst du mal her wir sind noch fässer davor ich könnte das ganz schnell regeln er macht es aber wir brauchen sprit oder fürs moped haben wir doch die frau sei fleißig am braten da alkohol ich flamme ich flamme aber wir haben aber wir haben aber auch ganz viel wir haben aber auch ganz viel was bin ich eine münscheinerin bin ich ne oder was habt ihr gesagt total unentspannt was ist das was ist das munnen nein mann ich höre zombies ich höre zombies nicht reparieren einer tot bleiben noch 900 ist der kopf in zwei ist also vorbei kann man nicht mehr reparieren sehr witzig sehr witzig ohne scheiß wohin gehen wir immer mir hinterher ich laufe Orgaschematik kann jeder von euch was für schematik Orga 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 kennst du den Orga Orga ist das World of Warcraft Orga Orga was ist das den Witz hatten wir auch letztes mal schon ja jetzt auch ich verstehe es nicht ich sage hier gar nichts mehr es ist absolutig unfassbar wenn man hier behandelt wird bei diesen Leuten bei dich Airdrop wo denn renn hinterher komm ja warte ich komm auch ey der ist doch ich schon auf dem Weg zu Minias und ja der steht bei uns jetzt werf werf bei euch alles klar dann laufen wir weiter zum Hübsack Minias ich hol den check mach mal ich muss noch schnell noch einen screenshot machen du stehst da Vorsicht spitzen willst du denn die hier in ihr stellen weiß ich noch nicht ich ich hab noch mal mehr hingestellt es ist nämlich genau über unserer ähm Hitzedings Hitze Quelle die Heatmap sag ich doch oh Jack weißt du wie wie ich hier ich weiß nicht ob ich das schaff was denn schaffen der ist ganz schön weit weg ja gut ich geh hin der ist wichtig los jetzt los die Todeszone pass auf hier sind ja hier sind schon ganz viele Zombies dann geh mal runter wir können ein bisschen Stealth mäßig ich bin hier schon soll ich die hauen bisschen Stealth mäßig hier voll abgehen ne dun 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 da Leichen zerhakt das tut mir leid iiii Leichen Flederer 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 maximal noch Flodder aber Ich versuch die mal zu looten, aber wir sind schon in der Nähe von der Stadt, das ist es noch nicht. Also am besten schon mal Stelzen, Stelzen, ne? Ja, ja, auf Stelzen? Auf Stelzen, das merken die nie. Das merken die nie, ja, hat jetzt mal auf. Wir klopfen, die kommen wieder auf Stelzen. Ich darf nicht aus dem Auge verliehen, ich darf nicht aus dem Auge verliehen, ich darf nicht aus dem Auge verliehen. Oh, Antiochke, I like. Ich töte sie, sie looted sie. Ja, ist doch gut, oder? Ist doch eine tolle Aufteilung, du kriegst die ganzen Toten. Punkte, die ganzen Toten Punkte. Das hättest du jetzt nicht laut sagen dürfen, jetzt flippt Jack wieder total an der Linienrausch. Ist schon gut. Wodan hat jetzt macht Punkte, ja? Okay, Wodan macht Punkte, alles klar. Da mag ich jetzt wieder Lärm. Das ist so geil. Aus der Nummer bin ich ja in dieser Staffel raus. Du hast nur eine Staffel probiert. Dafür habe ich ja gebaut, diese Staffel. Dafür wird er, er führt schon mit. Dafür haben wir das erste Mal in unserer ganzen Laufbahn was richtig Schönes gebaut. Oh, fünf First Aid Kits, nice. Dann das Enforcer Magazin. Geil. Bist du hinter mir? Sechs Painkiller. Ich komme, ich komme. Ein SMG Stock, aber grau, soll ich scrappen? Scrappen. Ja. Hoffentlich kommen keine Hunde. SMG ist rotz, solange sie nicht irgendwie irgendeine Farbe hat. Bitte. Die ist rotz. Okay, ich muss irgendwas da lassen. Ich lasse die zwei Eier da. Ja, Hunde rennen aber trotzdem mal so vorbei, wie du weißt. Ich habe nämlich noch zweimal Antibiotika. Hier ist auch ein Haus, das gucke ich mir an, Jack. Ich komme jetzt nicht zur Stadt zurück. Okay, wir gehen ja dann auch langfristig nach Hause, würde ich sagen. 13, 42. Guckst du vorne, ich gucke hinten. Am besten so. Ja, ja. Wie sieht es denn aus mit Hunting Rifle Bow in Grau? Scheiße. Über mir? Äh, probier sie mal. Weiß ich nicht, ich höre nur was knurren. Was? Probier sie mal, wenn jetzt eine Kugel drin ist. Scheiße, sie sieht uns. Nee, Hunting Rifle Bow, äh, Part. Nee, dann Grau kannst du alles wegschmeißen, alles wegschmeißen. Iron Arrow darf ich auch scrubben, ne? Iron Arrow hält ja auch, ja. Aber der sieht mich. Oh, ich kann das nicht mehr aufnehmen, was mache ich jetzt schnell weg? Blaubeersamen müssen wir haben, gell? Hast du gesagt, komm. Tut mir leid, der muss tot. Alles klar. Oh, das kannst du so machen, gell? Steel Arrows, Mann. Bitte, das findet ihr Ziele aus, Jacky. Wollen wir doch mal kurz in den Laden reingehen? Ich glaube, da habe ich nämlich mal einen Rucksack verloren. Ich hoffe, der liegt auch so, oder du weißt es, sag es mir. Also, ich laufe genau auf meinen Rucksack zu. Kleber brauchen wir nicht, oder? Nee. Lass mal. Letzte Nacht war schon... Sehr gut, ja. Meine Nase ist noch ganz... Ich muss ewig gebraucht mit Erbentino wieder zu. Können wir noch Nasenbluten, nee. Ihr seid schwierig. Stell dir mal vor, da hören Kinder zu. Viel zu viele Details. Das hoff ich. Pistel Belle Orange, Quatsch. Pur, brauchen wir nicht. Scrap. Wieder 11-Jährigen bei deinem Livestream? Ja. Oh je. So. Wenn die Kinder mit 11 Jahren bis 11 Uhr dazugucken dürfen... Bist du da... Schönen Gruß an den Eltern, Gratulation. Ich bin dein Ding vorbeigeschlichen. Ja. Ich schleiche an dem Dicken vorbei. Das läuft. Das geht super. Das ist geil, ne? Das ist scheiße. Solid Snake-mäßig. Ah, da ist mein Rucksack. Solid Snake. Ein Rucksack. Ich darf mich nicht zu laut freuen, sonst hören mich die Zombies. Stell dir mal so vor, so eine Frau in der Hocke läuft vorbei. Er sieht mich nicht. Ich schlitz dir Flut und Wasser auf dich. Äh, ja. Obwohl das Osten, das ist falsch, ne? Oder? Ne, die Richtung stimmt. Wir können auch straight gehen. Wir können auch straight gehen. Wodan. Jack, bist du straight? Du kannst dann doch ein paar Bücher abgeben. Ja, genau. Ja, Minyas. Ja, toll. Mit dir zu spielen ist ein richtiger Spaß. Ja. So, ich geh jetzt. Ich weiß nicht, ich glaub, ich hab dich jetzt hier, hier, hier dingst und bin unterwegs. Ist aber alles empty. Bedingst. Alles ist empty. Ja, wir sind hier vor kurzem noch erst geliebt. Ja, ich hab die gelootet letztes Mal nicht. Ne, letztes Mal nicht. Ah, hier, der Fridge ist aber voll. Oh, ein Knochen hab ich mir schon mal gewünscht. Okay, dann lauf doch mal schneller ein Stück, du. Hey, wir könnten die Couch mitnehmen. Ja, sehr gute Idee, aber ich hab keinen Platz mehr. Ich nehm sie mit. Aber warte, ich kann das Old Ham wegschmeißen. Dann nehm ich das Bild mit, da können wir nämlich Glas draus machen. Hier ist alles offen. Jetzt hast du irgendwie ein Bier. Oh, jetzt glaub ich, ich geh wieder in die Hocke. Ne, ja. Ähm. Jetzt würde ich jetzt aus dem Benzinfass trinken. Ja. Ich hab noch ein Bier. Ich hatte nämlich noch eins, als du mir eins gegeben hast. Ich bin gesenzt, glaub ich. Ja, ist mir aufgefallen, weil ich es nicht gesehen habe. Ich bin noch andetected. Ich bin gesenzt. Andetected. Da kam eine Sente auf mich zu. Hat mich beinabgegangen. Jetzt bin ich gesenzt. Du bist schon lustig. Ja? Jetzt bin ich. Ne. Ich muss das so sagen, damit der Zuschauer denkt, wir wären uns sympathisch irgendwie. Wo kommen die denn? Äh, ne, mir ist. Also, ich glaub, die wissen das schon, dass du... Will die drei Federn mitnehmen? Und ich weiß nicht, ich mach den Puttenklapp weg hier. Das ist doch schrott. Ich seh schon wieder die Kommentare. Du hast doch 25 Eier gehabt. Die brauchst du nicht, weil... Die brauchst du wirklich nicht, ich weiß nicht. Wo ist es offen? Wie, die Eier da brauch ich nicht? Brauchst du nicht, ich weiß nicht. Nee, der steht hier an der Hintertür, würde ich sagen. Okay. Jetzt. Okay, ich muss ich so durchschenken. Sind gerade vor mir Iron Fragments? Willst du die, ähm, die Tische mitnehmen? Brennen die? Die brennen. Alles klar. Brennen die gut? Klar. Die gut weiß ich nicht, aber die brennen. Scheiße. Ah, wie lange such ich denn den Scheiß? Ah, ich hätte sogar einen Knüppel gehabt, sehe ich gerade. Scheiße. Ich hätte auch nicht wieder, aber ich habe sie gescrubbt. Aber kein, ähm, mit Stacheln. Du bist ein toter Mann. Achso, dann behalten, dann behalten. Wo bist du denn, Jackie? Hast du mich echt getrackt? Interwegs jetzt. Komm, wir gehen nochmal in diesen Shaman und Stil-Slan. Äh, ja, klar. Hast du noch Taschenplatz? Ja. Ja. Ähm, 24618. Dann gehen wir nochmal in den Shaman-Laden. Gut. Geil, Shaman-Laden. Da gibt's Bacon. Ach, nee, Wirking-Tools ist noch besser. Moment. Okay. Aber ich glaube, da wart ihr drin. Hier ist sie nämlich, ähm... Ja, da kommen dunkle Erinnerungen. Hä? Ich finde, da sind sie dann sehr vorsichtig. Hä? Flames sind hier drin. Das ist das, was ich denke? Das ist doch die Ecke. Das ist mein Blut. Das ist empty. Hier wart ihr schon drin. Hier ist alles leer. Jetzt, ich muss mal, Minas, ich muss mal hier kurz abdriften. Dann machen wir den wieder zu und dann gehen wir in den Lebensmittel-Laden. Was? Where? Hast du gefunden? Das Schild ist nicht eingeklost. Nee, hab ich ihn zu mir ausgezogen. Erst. Mann. Oh, ist das nervig. Oh, da steht ja eine. Oh. Die hab ich gar nicht gesehen. Jackie, ich lauf die Straße mal weiter runter, weil... Ach, du mal, Minas. Das ist ganz gut. Schau. Schiebst du hier die Einkaufsbank durch die Hände? Hier ist noch ein Haus, das kennen wir dann schon. Ja, manchmal ist ein Euro drin. Euro, ein Lippeln, Euro. Wenn einer zuvor war, den Wagen zurückzubringen. Ein Euro, ne? Wir müssen hier rum. Wie kam denn hier rum? War irgendjemand schon drin? Du? Na toll. Nein, nicht du. Haben wir den Wagen hier schon leer gemacht? Nicht vergessen, Minas, hier Alois-Plans, ne? Guck mal nach. Guck mal, kurz in Erinnerung. Hab ich, hab ich, hab ich die ganze Zeit gesammelt. Wie hast du? Äh, 56. So, 10. Ich vergessene, Jack. Hab ich die ganze Zeit gewartet, hab ich die ganze Zeit gewartet. Pass auf die Fliege, auf die sieht dich, ne? Meinst du? Die Drohne der Neuzeit. Oh mein Gott. Der Apokalypse. Ähm, Jackie, es tut mir leid, ich muss jetzt durchhören. Schick die Drohnen vor. Lauf mal, Kweppel, ein. Mike. Okay. Achso, Richtung Base, okay. Ja. Mike. Kommen sie, wo dann kommen sie? Ja, ich weiß ja nicht. Trinkst du meinen Alkohol? Nee, willst du Alkohol? Ich geb dir welchen. Nee, ich hab auch, ich hab auch. Aber du bist schneller als ich. Ja, aber ich bin leichter. Wart mal. Würde ich nicht unterschreiben. Also, pscht. Wahrscheinlich nicht, ne. Ach doch. Hier ist ein Zeltlager noch. Weißt du das hier habt, Mias? Nein. Können wir noch ein bisschen Stoff mitnehmen? Da ist mal aufräumen. Aufräumen, Mike, ja, ne? Wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo anders reinkommen als durch die Gitarre. Ja, ich seh schon, hier kommen alle auf uns zu, ne? Ja, ja, und da vorne sind auch überall Gitter. Ach, guck mal, hier sind brennende Kohlen. Brennende Kohlen. Das brennt oder irgendwas anderes brennendes. Oder vielleicht vom Dach aus rein. Das muss so viel Krach machen, wenn wir da reingehen wollen. Ich hab ein paar Sonnen, ich hab ne Sonnenbrille, das ist schon mal cool. Beste von dem ganzen Ausflug. Also hier ist keine Leiter. Obst du cool wieder nach Hause, ne? Ja. So muss das sein. Ja, auf jeden Fall. Wer ist du? Parker, der coole von der Schule. Hast du die Leiter gesehen? Hä? Parker, der coole von der Schule? Ja. Ne, hab ich nicht gesehen. Doch, ich bin grad hoch. Ja. Ach ja, dann wär ich dran vorbeigecroucht. Hab die nicht gesehen. Ach ja, hier, versteckt, ja. Ich hab sie echt gesehen. Iron Leg Armor. Ach nein, wir haben ja besseres, gell? Wir haben ja... Ne. Iron ist das Beste. Iron ist das Beste? Aber wir haben doch... Irgendwie... Scrap ist dann das... Alles klar. Und ich würde sagen, wir... Ja, Scrap, na ja. Das Scrap halt. Das ist doch scheiße. Das ist doch Müll. Crap kenn ich, ist Müll. Scrap? Scrap. Oh, fuck. Den nehm ich mit. Nicht so laut. Okay, dann hab ich jetzt ausgetauscht. Hab meine Scrap da gelassen. Man, man. Also so viel dazu, dass es dieses Point of Interest, also diese Wege zu den Poys nicht mehr gibt. Also hier ging's grad zum kleinen Zeltlager. Wo ist denn die Leiter? Das war hier, ne? Ja, genau da, wo du bist jetzt. Das ist die Leiter. Was machst du? Willst du hierbleiben? Bist du bekloppt? Ich will die jetzt erstmal zumachen, damit da nix hochkommt. Bekloppt? Kannst du nicht machen. Die leichte Verzweiflung in der Stimme. Weißt du, so überschlagen. Ja, doch. Na, bin ich's gerade? Bist du nicht? Jetzt, so schrecklich, hört sich's auch nicht an. Naja, wo dann? Die einen sagen, so. Hase, meine Fresse. Hier ins linke Eubold hier. Moldi Bread darf ich nicht wegwerfen, sonst motzen die Zuschauer wieder. Ich bin auch schon völlig unterdrückt. Weißt du, kennst du das noch damals bei Rust, wo dich jeder töten wollte? So geht's mittlerweile mit den Kommentaren der Zuschauer. Nein, nicht kommentieren, bitte. So, was ihr wollt. Na, Spaß. Hey, die Tankstelle hat noch Benzin, ne? Aber gehalten war... Ja, halt noch offen. Bringen wir uns hier in den Moment. Ja. Und Sixer Bags. So wie früher, weißt du, Päckchenlacki ist. Und Sixer Bags. Der Abend ist hier. Ja, das war so früher. Meine Macht, wahr? Früher als Single hast du ja immer noch eingekauft, wenn du nichts mehr hattest, ja? Also es war ja... Meine Mutter hat immer gesagt, in deinem Kühlschrank können sich die Mäuse Blutblasen laufen. Meine Mutter hat Humor. Ja, ja. Du bist übrigens eine bessere Axt. Naja, okay. Ich hab ewig keinen Bags mehr getrunken, fällt mir einer an dieser Stelle. Und was mir noch weiter auffällt, keiner hat auf die Zeit geachtet. Wir sind bei 22 Minuten, ihr Lieben. Werden wir es überleben. Werden wir die Horde überleben. Vor allem, das ist viel wichtiger, schaltet in der nächsten Folge ein. Dann werdet ihr sehen, was uns passiert. Uns passiert. Und werden alle heile ankommen. Wissen wir nicht. Also, bis zur nächsten Folge. Codewort Bags. Ja, nur Bags. Nicht mit Bier in Verbindung. Das könnte Schleichwirkung sein. Also, nur Bags. Schreibt es, wie ihr wollt. Schreibt, wie ihr es wollt. Macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Macht, ihr macht, was ihr wollt. Tschüss. 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 Tschüss.